Aus gegebenem Anlass halte ich es für notwendig, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte laut vorzulesen und allen kostenlos allgemein zugänglich zu machen. Anspruch auf faires Gerichtsverfahren Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht. Untertitelung des ZDF, 2020